Sie genießen glasklares Meer und Bikinis, Sonnenstrahlen und Langusten, Le Gardien-Pleige und frische Muscheln, Sonnenbrand, Segel und Stechmücken. Sie lieben Felsen, Gipfel, Buchten und Stechmücken. Sie mögen Kastanienhonig, Kastanienpolenta, Kastanienbier, egal, Sie lieben die Kastanien. Sie mögen die Testamora, das Vaterland und das Corsiche Cola. Erleben Sie Corsica, eine Woche im Apartmentalassa ab 399 Franken. Frau Thor, die Nummer 1 für Frankreich.